Das ist ein Traum mit ihm zu arbeiten. Das ist ein wirklich nettes Kompliment. Des Weiteren sagte sie, er ist einfach ein bemerkenswerter Mensch. Ich liebe ihn so sehr. Natürlich hatte der 30-jährige Schauspieler auch ein paar nette Worte über seine Freundin zu sagen. Er erzählte The Morning Show, ich glaube, dass jeder, der mit ihr arbeitet oder sie berührt oder ihr einfach nur in die Augen guckt, ein bisschen Freude spürt. Laut Angaben von US Magazine sind die beiden seit Juni 2011 unzertrennlich. Und es sieht definitiv nicht so aus, als würde sich daran bald etwas ändern.